Weil du da nicht mit weißt. Bei mir ist der Kameramann. Können Sie mal ein bisschen lauter sprechen, weil das hier so ist? Jünger Mann? Kommt ja vom SSB. Das ist die Unterwarnung. Der Auslauf von Warnemünde. Hier durch Warnemünde mal aus. Das ist der Stadthafen, der Beginn des Stadthafens. Rechts von uns, ja? Das müssen Sie uns doch schon zusagen. Was ist links von uns? Fahrplätze. Hier rechts ist das Portcenter. Nicht so schnell. Ich komme ja nicht mit hier. Das hast du schon mal gesehen. Ja, das hast du schon mal gesehen? Ja, es waren auch Häuser, auch Feststätten drauf. Aber die Stadt wird das leider abstoßen. Das ist die einzige attraktive Attraktion. Das ist das Schwimmteil, oder? Ja, ganz Europa, aber wie bei uns sind wir. Aha. Oh, da war Orte Huse. Guck. Wo? Dort. Da unten. Ganz oben. Ganz weit oben. Ganz weit oben. Hier ist eine Ablegestelle, die geht drüber nach Gelsdorf Stadtteilen. Also Fähre hier. Jetzt kommt das lustigste Denkmal von Ostdorf hier. Von den Russen erbaut. Also auf das lustigste. Auf der anderen Seite. Hier. Das hier. Hier kosten die Faust. Den Besten, die wohl er hat, muss ich sagen. Aha. Habe ich drauf? Weptunwerft, aha. Das ist bloß noch eine kleine Reparaturwerft. Ja, trotzdem sind alles fremdlich. Eine kleine bloß, ja? Ja. Also Reparaturwerft, hier werden keine Schiffe mehr gebaut. Das ist alles alte Ruine hier nur noch. Da müsste es ja, das ist ja mal in Bademünde, oder? Das neue Tankschuf, was sie da im Boot haben war. Ja. Und dann würde ich den gehen.